Hallo, mein Traum ist, einmal mit diesen Perlen, mit diesen Ketten, Armbändern oder Ohrringe, ja sogar Ringe, irgendwas zu bezwecken. Das bin ich, Gularage oder auch Monika. Ich bin nicht gerade schlank, aber dafür ein ganz gutes Gesicht. Manchmal kann ich mich gut ins Bild setzen und mich durchsetzen, wie diese Augen nur beweisen. Manchmal wünsche ich mir aber auch, dass man mir auch was zutraut. Denn ich bin jemand. Ich bin Monika. Ich bin Rulerage. Das sind meine Ketten. Unter perlenparadies.de.tl bin ich zu erreichen. Überall kann man da meine Ketten sehen. Ich entwerfe sie. Ich zeige sie. Aber ich habe kaum Besucher. Es macht mich traurig. Wenn jemand sich nur ein bisschen dafür interessieren würde, wäre mir schon sehr viel geholfen. Ich will nicht viel. Nur, dass man ein wenig Interesse zeigt. Oder sogar nachfragen tut. Hey, könnte ich nicht auch eine haben? Und dann könnte man sich unverbindlich miteinander einigen. Ich hoffe es so sehr. Vielen herzlichen Dank. Eure Monika Eure Monika Vielen Dank.